Musik Hey! Alter geht's mit! Ich bin Krumme verlassen! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Schick mir doch mal eine Einladung! Hui! Hallo! Hallo! Es geht los! Bringen wir los! Bringen wir sie um! Bringen wir sie um! Bevor sie Eier legen! Was? Ja genau! Halte bei der Bewegung springen gedrückt um zu laufen! Wow! Oh Gott! Ich hänge in den Dings! Junge der fühlt den Herzen! Alter, spring mich halt an! Na klar! Nein! Toll! Super! Ich war einfach bewusstlos! Erster Win für Raghi! Das war schnell! Stark war das! Stark! Oh ne nicht! Springen wenn du geschlagen wirst! Ha ha ha! Raghi! Haut ab! Nein! Mal zum Rücken! Los! Wow! Was ist das denn? Wir sind schneller rum! Wir sind eingebrochen! Ja! Ja! Das ist schwer! Was? Ah! Nein! Die dürfte nicht kämpfen! Wow! Super! Diese epischen Runden hier! Weil ich wieder oben lag! Ja! Ich bin einfach gezwungen immer unten zu liegen! Du liegst doch immer oben! Was? Okay! So! Liebe Community! Die Matrix liegt immer oben! Nice! Kann man mich eigentlich auch hinlegen? Oh! Oh! Guck mal hier! Je! 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 Bacolona! Spitzirache! Ole! Ole! Ey! Nein! Nein! Ich glaub du hast... Nein! Glaub ich schon! Ah! Ah! Ihr macht das schon! Ich hab Vertrauen in euch! Oh! Nein! Ja! 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 Das kann doch nicht sein! Das ist voll geil! Nein! 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 Das kann doch nicht sein! Ja! Nein! Nein! Ja! 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 So eine Ironie! Jeder gewinnt einmal oder ich nicht! Vielleicht gewinnt's ja jetzt! Wir haben ja auch erst drei Runden gespielt! Du darfst ja auch nicht mit den Leuten runterspringen! Das ist nicht gut! Das ist schwer! Ja! Das stimmt! Du meinst so wie du eben mit mir, Raggi? Du hast mich runtergelaufen! Ja! Du bist mit dahergelaufen! Ja! So hättest du's gerne! Okay! Damit es jetzt so hindrehen kann, wie du es willst! Nein! 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 Mein Sombrero hat mich gehalten! Nein! Es geht hoch! Nein! Nein! Warum fliegt mein Sombrero nicht hoch? Warum fliegt mein Sombrero nicht hoch? Raggi, es ist es schlauer sich hier oben nicht zu bekämpfen, weil wir sollten uns einfach in der Mitte halten! Schwimmen! Bin ich jetzt runtergefallen? Ne, ich lebe noch! Da unten, behind the scenes. Boah, Alter! Der Sombrero! Was hast du mit meinem Sombrero gemacht? Boah, Alter. Da gibt's keinen Spaß mehr. Aber wie hebt man dann jemanden hoch? Mit X gedrückt halten. Ja. Äh, Y, Y. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Ich drück die ganze Zeit X. Ich fack tausendmal nach. Und ihr sagt jetzt... Auf einmal ist es... Äh, Raggi? Kommst du? Pff, nein. Ja, pff, weißt du was? Ich weiß nicht, wie man hier hochkommt. Soll er zu mir kommen? Wie kommt man denn hier hoch? Springen! Nicht mit B. Ich springe doch! Achso! Boah, Alter! Nein! Als ob... Als ob, man kann nicht mal was sehen! Ja! Unverdient. Mit Y hebt man also jemanden hoch. Das ist wirklich gut zu wissen. Ja, mit oben, mit Y noch. Aber ich... Äh? Ich rück nämlich die ganze Zeit X. Und frag mich, warum es nicht ging. Wollte ich rauswerfen, aber dann bin ich da runtergefunden. Hm. Okay. Jo. Ist doch geil. Nein, Matrix. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist das so... Das kam in der Renze, ja? Das lässt du! Hui! Huh? Nein! Alter! Ich kann mich gleich suchen. Nein! Was? Was? Ich hab das nicht gekickt. Weggekickt, aber! Junge! Nur bei mir! Huuuui! Bei Matrix. das schaffst du nicht mehr nein 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 die du brauchst immer zu jahr doch nach Nein, nein, nein. Nein! Falsche Tast! Tschüss Klingas! Wow! Lass mich hier hoch! Einfach wow! Nein! Matrix! Das sag ich deiner Mama! Sag seinem Vater! Nein, 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 nein! Oder seinem Opa! Das ist schwer, da musst du ein paar Meter tiefer graben! Aus SS-Zeit! Töte Reaktorock! Töte es, bevor es Eier legt! Wuh! Null! Als Opa! Das war ein Sieg für Matrix Minia! Wie immer unverdient! Eins, zwei Drachen! Null, eins, zwei, drei! Ja, oder so! Ja, so läuft's! Oh, Junge! Hier kann alles passieren! To Rumble! Aaaaaaah! Noll! Weg! Weg! Nein! Weg! Weg! Raus! 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 Geh du doch raus! Aaaaaaah! Jaaaah! Nein! Boah, Alter! Spitz, ich geh gleich unten durch, ey! Nein! Nein, 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 nein! Ich glaube doch, ich soll brechen! Mann! Was meint das? Das ist doch meine... Ich will doch nur legen! Nein! 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 Alter, wollt ihr Hähnchen halten oder was? Ja! Alter, nicht an meine Nase! Oder an meinen Schnabel! Schnabel! Nein! 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 Boah, Alter! Das war gut! Ja! 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 Scheiße! Das kann nicht sein! Ich gewinne einfach nicht mehr! Ich habe heute noch gar nicht gewonnen! 0, 2, 2, 3! Junge! Alter! Was bin ich denn für ein Lüch? Schlosslocken! Junge! Leuchtturm! Hi, Ragi! Och, nee! Spitz, maus! Nein! 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 Das wäre doch nicht wie ein kleines Kampfkätzchen! Das glaubst auch nur du! Nein! Am Arsch! Am Arsch! Nicht am Arsch! Im Arsch! Am Arsch! Nein! Ja! Nein! 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 Du machst das gut! Nein! 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 Alter! Ich hab doch Y gedrückt! Warum hebt ihr ihn denn nicht hoch? Oh ja! Das kann nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich verliere jedes Mal. Jetzt haben wir schon zwei mit Matchball. Leco mio, ey. Ja klar. Jetzt gewinnt Matrix noch und dann macht Spezi drei Siege hintereinander. Spezi macht Luftschiff, ciao. Nein, Raggi, nein. Oh, das hier ist gefährlich, glaub ich. Ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber wie? Nein, nein, nein. Das ist doch dumm. Ne, eh, eh. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, F... Warum? Spitz-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Wir schon wieder, weißt du? Nein, nein. Oh, das kann doch nicht sein, ey. ich bin frosch die akte um mich sprengt da ist ein brero muss dran glauben du musst dran glauben was machst du da genau ich will den brero wegwerfen nein 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 die maps sind echt krass manchmal mhm das kann ich sagen ja gewonnen alter jede runde jetzt sehr geil ich und matrix hauen uns immer zusammen raus und dann kämpft er gegen spät zum spät du kriegst dich hin ja ich bin spät hart aber herzlich ja das kam doch nicht da hin ich bin halt grad scheiße man ich kämpf gleich nur noch gegen gligas ey das war's dann mit der heutigen Folge schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei unserem wunderschönen Battle Royale Battle Royale bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal